Mein Name ist Paul Serene. Ich gründete Monarch Solutions vor 17 Jahren mit einem sehr klaren Ziel. Es gibt solche, die mein Handeln in Frage stellen. Ich nehme dies als letzte Rechtfertigung auf, als ein Zeugnis, wie es zu all dem kommen konnte. Ich war immer der Mission verschrieben. Verlor mein Ziel nie aus den Augen, welche Opfer auch nötig waren. Weil ich gesehen habe, wohin es führt. Ich habe das Ende gesehen. Wir haben ein Problem. Es gibt keine Neuigkeiten zu Jack Joyce. Er müsste mittlerweile hier sein. Wir haben wohl einen Verräter unter uns. Denken Sie an Ihre Medikamente. Ich werde herausfinden, wer das war. Finden Sie Jack. Das hat Priorität. Nehmen Sie die besten Männer. Da ist mehr. Wie Sie wissen, hat Jacks Einmischung zu unerwarteten Komplikationen geführt. Zeugen aus der Universität wurden hierher gebracht. Das sollten Sie sich ansehen. Wir können uns in dieser Phase des Plans keine weiteren Hindernisse leisten. Ich sehe zwei Möglichkeiten. Wir können mit Gewalt alle offensichtlichen Beweise beseitigen. Aber wenn diese Zeugen verschwinden, dann... Die Öffentlichkeit würde anfangen, Fragen zu stellen. Und sie könnte sich gegen Monarch wenden. Ja, sollen wir dir jetzt nachlaufen? Jetzt sind wir übrigens der andere Typ. Ich könnte auch eine intensive PR-Kampagne starten und die Stolz auf unsere Seite bekommen. Diese würde aber nichts gegen... Die losen Enden unternehmen. Genau. Mr. Serene? Es ist Ihre Entscheidung, aber bedenken Sie. Die Männer werden Ihre Entscheidung als unsere Strategie nach vorne ansehen. Ja, wir sehen jetzt Paul. Master Paul. Oh. Ich möchte, dass das in mein Büro geliefert wird. Was ist das? Zur Erinnerung. Okay. Ich schlage vor, dass wir uns mit dem vorliegenden Problem befassen. Liam Burke dort drüben kann die Situation genauer erklären. Jetzt wappt mal. Natürlich. Wie lange noch, bis der Kern für den Transport bereit ist? Er wird in weniger als einer Stunde auf dem Weg zur Monarch-Zentrale sein. Die Installation sollte vor der Gala fertig sein. Gut. Sir. Wer ist das? Amy Ferraro. Sie ist eine der Zeugen. Wir warten auf Ihre Befehle, wie wir vorgehen sollen. Hm. Paul, wir brauchen Ihre Entscheidung, wie wir mit den Zeugen verfahren sollen. Meine Kräfte wurden stärker, selbst als sich das Krononsyndrom verschlimmerte. Ich konnte mich für einen Pfad entscheiden, der dann zur wirklichen Zukunft werden würde. Aber es stand mir nicht frei. Der Moment würde nicht vorübergehen, bis ich meine Entscheidung getroffen hatte. Ich kann auch nicht bemerken, bis ich meine Polizei war in der Zukunft. Okay. 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 Halten. Kompromisslos. Die Frage ist, was passiert, wenn wir kompromisslos sind. Können wir natürlich auch bloß PR machen, bla bla bla. Komm, wir machen PR. Ich will eine PR-Kampagne. Ich will eine Stellungnahme. Und das alles. Nur wegen Jack Joyce. Monarch würde einen öffentlichkeitsfreundlichen Ansatz wählen und die Bevölkerung manipulieren, damit sie auf unserer Seite steht. Unsere Lügen würden uns die Kontrolle verschaffen. Die Jagd ist noch in vollem Gang. Die Behörden suchen weiterhin nach Jack Joyce. Hey, da unten schleicht jemand herum. Hey, ich glaube, das ist Jack Joyce. Wir würden die Medien nutzen, um Jack bloßzustellen und ihn dann zu jagen. Ich habe alle Dateien hochgeladen, die auf dem Stick waren, den ich in der Sicherheitsstation gestohlen habe. Aber die Zeugen wären irgendwo da draußen und Jack würde unsere Geheimnisse erfahren. Alle Bedrohungen für unseren Plan müssen beseitigt werden. Nein! Monarch würde den harten Weg einschlagen, alle Hindernisse aus dem Weg räumen und alle Zeugen eliminieren. Es würde nicht schön sein, aber ich hatte schon zuvor schwere Entscheidungen für das größere Wohl getroffen. Ich habe hier alles durchsucht und so einiges über deinen Bruder gefunden. Das ist echt scheiße, Mann. Ich habe Monarch vertraut. Aber die Bewohner von Riverport würden sich gegen uns wenden. Mörder! Unsere Geheimnisse würden sicher sein, aber die Öffentlichkeit würde uns hassen und Jack würde neue Verbündete finden. Monarch hat keinerlei Befugnis, sie aufzuhalten. Und sagen Sie das auch den anderen auf dieser Brücke. Oh Gott. Also. Mit links sind wir die harte Nummer. Und die knallen einfach alles ab. Klar kriegen wir als Jack dann mehr Freunde, aber ich glaube die Kleine muss dann auch sterben. Dann lieber machen wir uns selber schuldig für den Fortfall. Wenn wir weiter den Jack spielen sollten, wäre vielleicht besser. Keine Ahnung. Ich glaube ja. Wir können keine Aufmerksamkeit riskieren. Die Zeugen müssen den Mund halten. Behalten Sie sie im Auge. Starten Sie eine PR-Kampagne. Wir brauchen die Stadt auf unserer Seite. Sie nicht. Sie ist der Kopf der Anti-Monarch-Bewegung. Ich glaube, wir sehen hier das neue Gesicht unserer Kampagne. Jack! Es gibt nur diesen Weg. Ich gehe durch die Maschine. Paul, warte! Nein! Jack! Hier, entlang! Jack! Ich nutze meine Kraft, uns zu leiten. Uns so gut wie möglich auf das Ende der Zeit vorzubereiten. Es gibt den wenigen Erwählten die Chance zu überleben. Ich habe das Ende der Zeit gesehen. Okay, interessant. 75% der Leute weltweit haben auch unsere Wahl getroffen, die wir für richtig empfunden haben. Freunde bis jetzt null. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir sagen, wir gehen auf die... Ich will es auch gar nicht wissen. Nein. Was ist das? Die Zeit ist um. Die Frau in der Mitte, das dürfte deine Mutter sein. Links, das ist natürlich dein Vater. Und rechts, das kleine Mädchen. Wie alt ist sie? Lafayette 114. Ist das korrekt? Diese Aufnahme wurde vor fünf Minuten gemacht von dem guten Michael. Was wollen Sie? Ich will eine Aussage. Und du... möchtest, dass Michael sich nicht mehr vor eurem Haus herumtreibt. Was geschieht mit mir? Tja. Das hängt nur von dir ab. Okay, ich tue es. Wie schön, dass wir das klären konnten. Wie schön, dass wir das klären konnten. Scheisse. Ja? Ja? Ja. 에서. Lian? Liam, begleiten Sie mich. Ihre Arbeit war umsonst. Wir haben endgültig den Kontakt zu Jack Joyce verloren. Wie konnte das passieren? Das Wie ist unwichtig. Sie müssen ihn finden. Wincott versucht ihn zu lokalisieren. Klasse. Was soll das? Was? Sie haben doch was. Die Universität. Das hätte nicht passieren dürfen. Das war schlampig. Liefen Ihre bisherigen Einsätze alle glatt? Gehen Sie nach Hause, Liam. Warten Sie auf den Anruf. Ihre Frau vermisst Sie sicher schon. Das Gute an unserem Freund Stan ist, dass er es uns einfach macht. Der Typ verwendet tatsächlich überall den gleichen Benutzernamen und immer das gleiche Kennwort. Und das bedeutet, dass seine Cloud nicht besonders gut geschützt ist. Ich präsentiere Beweisstück A. Wow. Der Typ gibt dir echt alles. Und... Was ist das? Was ist das, Brenner? Eine Kaffeetasse. Klar ist das eine Kaffeetasse, aber was sucht ihr auf meinem Tisch? Was soll der Chance? Weißt du, was das ist? Gibt's sowas nicht in Idaho? Iowa. Egal. Benutz sie. Was kommt als nächstes, Brenner? Keine Ahnung. Das war mir schon klar. Und das tut mir echt leid für dich. Jetzt müssen wir nur noch das Video unseres Mädchens zu Stan und unseren Freunden bei WCWY hochladen, Stan eine Nachricht mit einigen seiner Privatbilder senden und zu guter Letzt einen Brief abschicken. Dieser Brief erlaubt es Reclaim, die volle Verantwortung für alles zu übernehmen. Mit freundlichen Grüßen, ihr ansässiger Terrorist, Jack Joyce. Du kannst das sagen. Das ist ziemlich gut. Scheiße. Mr. Hatch, perfektes Timing. Ich und Brenner haben gerade einiges ausgegraben über unseren News Director bei WCWY. Er wird unsere Kuppi sehen und in einer Stunde das Video dieses Mädchens posten. Gute Arbeit, Winkert. Was gibt es Neues über Joyce? Joyce? Ich hab sein Fahrzeug erfasst. Ich hab seine Kamera gehackt und warte auf den Standort. Das ist nicht gerade einfach. Bleiben Sie dran. Wenn Sie ihn finden, kontaktieren Sie Burke direkt. Ich glaube, unter uns befindet sich ein Verräter. Verräter, das ist... Hallo? Hallo, ähm... Ich will Sie nicht aufhalten, Mr. Hatch. Vielen Dank. War das Martin, Hatch? Verpiss dich aus meinem Büro. Verpiss dich aus meinem Büro. Los. Wo bist du? Verdammt nochmal. Zeig dich nicht. Los, Joyce. Wo bist du? Untertitelung des ZDF, 2020 Am? War ein Scheißtag auf der Arbeit heute. Tut mir leid. Ich bin einfach... Ich hab geträumt, du wärst eine Katze. Eine Katze? Mhm. Mit richtig großen Bärentatzen. Viel zu groß für deinen Körper. Ein ganz merkwürdiges Tier. Aber ich wusste, dass du es bist. Ja, ich muss bald wieder zurück zur Arbeit. Du arbeitest mehr als alle anderen Field Manager in der Geschichte des Field Management. Ich weiß. Baby, du warst zwei Tage nicht zu Hause. Deine Mutter stellt sich wieder an. Oh, ich? Ich stell mich also an, hm? Sie stellt sich ganz schön an. Was ist? Was? Das ist nicht gut für das Baby. Okay, 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 okay. Oh, du gewinnst. Schließ die Augen. Ich bin hier. 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 Er? Burke. Ich hab was zu Joyce. Was gibt es? Ich konnte ihn zu einem Lagerhaus verfolgen. Ecke Burgundy und Wilkins. Er befindet sich in der Nähe des Ground Zero. Ich schicke jetzt die Koordinaten. Ja. Ja. Ich muss dann los. Mhm. Von denen die Menschheit nicht zu träumen gewagt hätte. Monarch steht nicht nur für innovative Forschungs- und Designprogramme, sondern auch für wiederholte Investitionen in die Stadt Riverport, mit denen diese großartige Stadt wieder aufgebaut und in einen wirtschaftlich florierenden Standort... Mit attitude. Oh. Er Ordnung. Nein, survive. Herbert Rogers. Wenn er klebt. Das wantatz stellt sich. Oh. Das nicht all. Es istない,aaa? Ich bin einer. Ä horrende matter. Oh, duι stagesamin! Ich bin einer. Oh. Ja, Promised achieve. -Ich bin einer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Erst im vergangenen Jahr gründete CEO Martin Hedge nur einen Steinwurf von Monarchs Zentrale entfernt, ein Technologieinstitut. Darüber hinaus hat der wissbegierigen Studenten aus dem ganzen Land dabei geholfen, ihre Träume und Interessen auf dem Gebiet der technologischen Forschung und Entwicklung zu verfolgen. Da Monarch seine größte Investition direkt hier in Riverport tätigt, ist es ziemlich klar, wie rosig die Zukunft für uns alle aussehen wird. Paul, es hat sich was ergeben. Jack, Sie haben es also gesehen? Heute Abend auf der Insel. Er wird da sein und er will seine Rache. Er muss gestoppt werden, sofort. Ich glaube, wir konzentrieren uns auf die falsche Sache. Ihr Verräter der fünften Kolonne? Sie sollten das nicht einfach so abtun. Joyce hatte Glück, er ist entkommen. Er ist fort. Er ist nicht dumm genug zurückzukehren. Unsere einzige Schwachstelle ist intern, Paul. Begreifen Sie das? Sagen Sie mir was, was ich noch nicht weiß. Aber Sie denken nicht klar. Sie brauchen Ihre Medikamente. Sie repräsentieren Monarch schon seit vielen Jahren, Morton. Aber lassen Sie mich eins klarstellen. Es ist immer noch mein Chef. Und ich möchte einfach nicht, dass Sie mit ihm untergehen. Dann finden Sie ihn. Ich möchte, dass die Menschen mit ihm untergehen. Die Menschen erfahren, dass er eine sehr gefährliche Person ist. Ein Terrorist. Zwei Sandwiches mit Speck und Ei? Oh. Die Situation vor Ort scheint erschreckende Ausmaße anzunehmen. Wir bedanken uns für Ihren Mut vor laufender Kamera. Die Öffentlichkeit vor diesem offenbar sehr gefährlichen... Ich war heute Morgen im Labor an der Universität. Jemand hat die Gleichung gelöst. Echt? Ich habe gerade erfahren, dass Monarchs Sicherheitskräfte mit der Öffentlichkeit zusammenarbeiten und dafür sorgen, dass die Suche nach Jack Joyce hoffentlich bald von Erfolg gekrönt sein wird und die Sicherheit der Bewohner von Riverport im weiteren Verlauf gewährleistet sein wird. Was läuft, IT? IT in deinen Träumen. Hey, du hast keine Sicherheitsfreigabe für mein Büro. Sicherheitsfreigabe? Zugang gewährt. Du hast bestimmt wieder durchgearbeitet. Wieso? Das sind doch nicht wieder die Glibber-Eier. Nein, keine Sorge. Bleib cool, die sind neu. Oh Mann. Fiona Miller. Und weg. Du bist entlassen. Also was soll der Affentanz? Was zum Teufel geht da draußen vor? Der Affentanz? Ja, der Affentanz. Ähm, eigentlich... Eigentlich ist alles gut. Alles ist gut? Alles ist gut. Gestern gab's ne Schießerei in der Universität. War kein Problem für mich. Na gut. Glaubst du, die sagen die Party heute Abend ab? Machst du Witze? Niemals. Hedge weiß, was der tut. Gehst du hin? Auf ne Party? Ich. Auf ne Party. Ich weiß nicht. Wir könnten ja zusammen hin. Oh, okay. Ja, gut. Ich... Alles klar? Okay, Kumpel. Und was siehst du an? Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vielleicht geh ich nackt. Gut, gefällt mir. Ich muss wieder an meinem Platz. Also, bis heute Abend? Ja? Bis heute Abend? Ja. Kumpel. 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 UNTERTITELUNG Liam, lass es nicht, wonach es aussieht Fuck, Beth Warum ausgerechnet du? Du musst mir zuhören Sofort weg von dem Van Weg da, sofort Lass die Waffe fallen Geht leider nicht Du hast drei Sekunden, dann drücke ich ab Ich habe gute Reflexe Und du bist eine miserable Schütze Nein Nein Oh, Schüsse, er ist fort Merkst du, was hier abgeht? Die Anomalie Es werden immer mehr Beth, was ist? Was geht hier vor? Die Zeit löst sich auf Das Ende kommt näher und Joyce Könnte der Schlüssel sein Warte, warte, das, das, das Ende von was? Beth, das Ende von was? Der Zeit, der Zeit Der Zeit Des Lebens, wie wir es kennen Das gesamte Universum Weg Irgendwie hat sich Monarch die ganze Zeit darauf vorbereitet Sie wussten, dass es geschieht Es gibt da etwas Sie nennen es Rettungsboot-Protokoll Und das kann uns retten Zumindest ein paar von uns Hände auf den Kopf und runter auf die Knie Brown Wilder, ich werde es nicht noch einmal sagen Joyce hat gerade die Hälfte meiner Männer erledigt Wer ihm wohl geholfen hat? Wir sind unbewaffnet, ich habe auf einen Noten Ist mir scheißegal Hey, ich höre zu Monarch Auf die Knie! Liam, wenn Sie mich mitnehmen, ist das mein Ende Und eins auch Runter! Tu, was er sagt Sie dürfen uns nicht verhaften Sonst findest du das Rettungsboot nie Denk an Emily Entspann Liam! Halt's raus! Dieses Rettungsboot-Protokoll Was ist das? Keine Ahnung Aber es hat irgendwas mit Dr. Kim zu tun Dr. Kim? Wenn du es in sein Labor schaffen würdest Das ist unmöglich Es wurde geschlossen, nachdem er verschwunden ist Kennst du jemanden, der dich reinbringen kann? Mal ehrlich, Leute 39 geschafft 40 zu erledigen Und noch eine Lecker Danke, Fiona Das ist ja widerlich Hm? Heilige Scheiße Liam Burke Jetzt haben wir dich, Kumpel Das wird hertsch nicht gefallen Scheiße, sein verdammter Goldjunge Ah, verdammt Hab dich Liebe Monarch-Angestellte Liebe Monarch-Angestellte, die Imbisswagen werden um 2.30 Uhr eintreffen Charlie Ich brauch deine Hilfe Ja Können wir kurz ungestört reden? Ähm, ich hab eigentlich zu tun Ja, dein Büro wäre gut Es geht doch ganz schnell Ja Also, was ist mit Joyce passiert? Oh, da war gar nichts Da war gar nichts? Ja Also, er war ganz einfach nicht da, oder was? Nein, Hedge Er hat mich neu eingeteilt Er will, dass ich das Standortlabor auf der Insel sichere Er glaubt, dass Joyce dahin will Ich soll mir hier Zugang besorgen Kannst du helfen? Ja, klar Ich sehe, was ich tun kann Danke Es ist schon komisch, dass du sagst Dass, ähm, dass sich die Spur zu Joyce als wertlos erwiesen hat Weil, ich weiß auch nicht Es sieht aus, als wäre er dort gewesen Und der andere Typ sieht hier irgendwie ganz schön ähnlich Aber das ist seltsam Wenn du arbeitest vom Monarch Und dieser Typ da arbeitet ganz sicher, ganz sicher nicht für Monarch Ich könnte näher ran Hey, hast du denn Zeit, mich umzubringen? Ich hab dir grad die Security auf den Hals gehetzt Du hast 20 Sekunden Du blöfst Hey, bleib gerne hier und find's heraus Weißt du, was ich mit dir machen werde? Ich weiß, was Monarch mit dir machen wird In etwa 15 14 13 12 11 10 Viel Glück, Kumpel 9 8 Alle Sicherheitskräfte Fokus auf Liam Burke Er ist bewaffnet und gefährlich An alle, erst auf Ebene B Neben der Hauptüberführung Erinnerungen an alle Monarch angestellt Holen Sie sich die gratis Grip-Empfung Sie erhalten diese in der Personalabteilung Verdammt, die Idioten! Er ist nicht unbesiegbar, er ist kein verdammter Superheld! Brenner, ich kümmer mich drum Ja, ich weiß, ich weiß Er ist im Gebäude, ja? Südliches Parkhaus Ich wiederhole, südliches Parkhaus Vierter Stock Zweiter Stock, versperrt ihm den Weg! Er fährt einfach vorne raus! Er fährt einfach vorne raus! Er fährt einfach vorne raus! Kommt schon! Kommt schon! Okay, er fährt südlich auf der Eastman! Südlich auf der Eastman! Team Fansim, er bewegt sich auf euch zuerst! Schnell, passt auf! Verstanden? Haltet ihn, haltet nicht! Na los, das schaffst du! Bleib an ihm dran! Bringen uns neben ihm! Bringen uns neben ihm! Na, verdammte Scheiße! Third Street, er wird durch die Gasse! Verstanden! Mögliche Musik Sie können ihn nur teilen, wie sie erzeugt werden! Hast du drück! Das ist lebendig! Einige Musik Er sagt, einfach nicht nur, dass sie ihn nicht erzeugt haben! Ich verstecke mir! Und den Weg zu einem 투en, wie sie etwas näht! Ich bin in der Aufmerksamkeit! Da wäre der Arbeit gewesen! Und den Weg zu einem됐et! Und den Weg zu einem Tadetien! Und den Weg zu einem Päretien! Und den Weg zu einem anderen worden! Und die Welt! Und die Welt! Und die Welt! Untertitelung des ZDF, 2020